Ich bin dagegen, dass Kreditkartendaten von EU-Parlamentariern fünf Jahre lang gespeichert werden. Ich bin dagegen, dass Gesundheitsdaten von EU-Parlamentariern fünf Jahre lang gespeichert werden. Und ich bin dagegen, dass meine Kreditkartendaten fünf Jahre lang gespeichert werden. Ich bin dagegen, dass meine Gesundheitsdaten fünf Jahre lang gespeichert werden. Und deswegen sollte das EU-Parlament gegen die PNR-Richtlinie stimmen. No PNR!